Die deutsche Panzerbauschule der Zeit des Dritten Reiches wurde unter anderem durch die Entwicklung der Superschwerenmonster bekannt. Jedoch beim Erschaffen der deutschen Panzerstreitkräfte waren sogar noch bis Ende der 1930er Jahre keine Superschweren und noch nicht einmal schweren Panzer vorgesehen. Die Panzerwaffe sollte nur zwei Typen von leichten und zwei Typen von mittleren Panzer haben. Wie kam es also zur Entwicklung solch schwer gepanzerter Maschinen wie dem Löwen? Die ersten Anzeichen der deutschen schweren Panzer erschienen im Januar 1937. Damals hatte Heinrich Kniebkamp, ein deutscher Ingenieur, Leiter der Abteilung 6 im Waffenprüfamt, sein OK zur Entwicklung eines 30-Tonnen-Panzers gegeben, der erstmals Begleitwagen verstärkt genannt wurde. Das Fahrwerk sollte von Henschel entwickelt werden unter der Leitung von Erwin Aders. Das Fahrwerkschema wurde von Kniebkamp selbst beigesteuert. Das Projekt lief von Anfang an nicht glatt. Die Entwicklung lief nicht so wie anfangs gedacht. Am 12. März wurde es zu Infanteriewagen kurz IW umgenannt und später am 28. April zu DW, was Durchbruchswagen bedeutet. Im September 1938 ging die Bezeichnung in VK 3001 über. Der Panzer bekam das von Kniebkamp entwickelte Schachtelfahrwerk. Der Motor sollte 600 PS haben, doch für den DW war nur ein 280 PS starker Maybach HL 120 TR vorhanden und für den VK 3001 ein 300 PS starker Maybach HL 116. Während der Entwicklungszeit kam es zu Abzweigprojekten. Ein solches Projekt unter der Leitung von Walter von Brauchitsch konnte der erste deutsche überschwere Panzer werden. Walter von Brauchitsch wurde am 4. Februar 1938 zum Oberbefehlshaber des Heeres mit dem Dienstgrad Generaloberst. Am 24. November gab er den Befehl zur Entwicklung der maximal geschützten Varianten des Panzerkampfwagens II und IV. Sie waren bestimmt für den Sturm von starken Verteidigungslinien. Im Januar bekam also Henschel noch einen Auftrag zur Entwicklung einer verstärkten Variante des Panzerkampfwagens IV. Der neue Panzer sollte eine Masse von 65 Tonnen und eine Panzerung von 80 mm haben, die einen sicheren Schutz gegen 5 cm Pak 38 Kanonen bieten sollte. Die Geschwindigkeit sollte 20 bis 25 kmh betragen. Außerdem ist auch ein Artilleriewagen, kurz AW, bekannt. Die Panzerung sollte 100 mm dick werden, die vor der 8,8 cm Flak 18 schützen sollte. Die Gefechtsmasse betrug 80 bis 100 Tonnen. Die Bewaffnung eine kurzläufige 10,5 cm Kanone mit einer Lauflänge von bis zu 28 Kalibern. Anfänglich hieß dieses Projekt SW. Krupp sollte den Turm mit Bewaffnung entwickeln, von der es drei Variationen gab. Außer der Standardkanone des Panzers IV, 7,5 cm L24, stand eine 7,5 cm KWK L40 zur Wahl, die eine Mündungsgeschwindigkeit von 685 m pro Sekunde hatte. Diese Waffe sollte die französischen schweren Panzer FCM IIc sicher durchschlagen können. Zweite Alternative war die 10,5 cm L20 mit einer Mündungsgeschwindigkeit von 420 m pro Sekunde. Die Granaten waren recht groß, daher war deren Handhabung im engen Kampfraum sehr erschwert und der Munitionsvorrat begrenzt. So entschied das Waffenamt, dass die 7,5 cm L24 ausreicht, um Befestigungen zu zerstören. Es wurde beschlossen, einen Turm für den SW zu bauen. Dieser sollte einen hydraulischen Antrieb besitzen. Für das Fahrwerk ließ sich Henschel etwas Seltsames einfallen, das die maximale mögliche Maße auf 30 Tonnen begrenzte. Es war eine Weiterentwicklung dessen vom Durchbruchswagen, wurde aber verlängert und hatte 10 verkleinerte Fahrrollen je Seite mit einer Drehstabfederung. Auch die verfügbaren Eisenbahnplattformen brauchten gewisse Einschränkungen. So musste der SW zum Transport in drei Teile zerlegt werden. Die Wanne hatte die gleiche Form, aber an der Front kam ein kleiner MG-Turm hinzu. Als Antrieb sollte ein 600 PS starker Maybach HL 224 dienen. Am 1. September 1939 wurde ein Auftrag zur Fertigung der Vorserie erteilt, für die Maschine, die VK 6501 genannt wurde. Ebenfalls wurde die Bezeichnung Panzerkampfwagen 7 verwendet. Acht Maschinen hätten gebaut werden sollen. Der Turm wurde der gleiche wie beim VK 3001 verwendet, mit einer auf 80 mm gestiegenen Panzerung. Doch im September 1940 wurde der Panzer plötzlich überflüssig, da es nichts mehr zum Stürmen gab. Tschechische, französische, belgische Verteidigungslinien wurden ohne spezielle Sturmpanzer überwunden. Außerdem zeigte die Erfahrung, dass Panzer, die über 30 Tonnen schwer sind, Probleme beim Brückenüberqueren bekommen. Von daher wurde es immer ruhiger um das Projekt VK 6501. Die Wanne für den ersten deutschen überschweren Panzer aus Nicht-Panzerstall wurde fertiggestellt, erst im September 1941. Die Arbeiten am Turm wurden bereits im Oktober 1940 eingestellt. Der Artilleriewagen schrumpfte im Juli 1940 zum VK 3601. Das Projekt VK 6501 starb, um später als ein Monster wiedergeboren zu werden. Am 11. März 1941 bekam die sowjetische Aufklärung Daten darüber, dass die deutschen Panzer Typ 5, 6 und 7 entwickeln. Der Panzer Typ 7 sollte dabei über eine 105 mm Kanone und eine 90 mm Panzerung verfügen. Die Information war natürlich verzerrt, doch die Basis stimmte. Hinter dem Typ 5 stand der VK 3001 und hinter dem Typ 6 der VK 3601. Mit dem Typ 7 war wohl der Panzerkampfwagen 7 gemeint, auch VK 6501 genannt. Die 105 mm Kanone wurde auch weiterhin vom Krupp entwickelt, aber diesmal für den 3601. Die 90 Tonnen Maßengaben für den Typ 7 kamen aus einem Dokument, das mit 4. April 1941 datiert wurde. Entsprechend diesem entwickelte Krupp ein Fahrwerk, das ursprünglich nur SFL hieß. Für diesen Entwurf plante man eine 15 cm Kanone L40 lang und eine Mündungsgeschwindigkeit von 750 m pro Sekunde. Das ist eine der ersten Erwähnungen für den VK 7001. Dieser Index wurde ab November 1941 verwendet. Ebenfalls wurde die Bezeichnung Panzerkampfwagen 7 erwähnt. Die Daten, die am 1. November 1941 festgelegt wurden, sahen eine Gefechtsmasse von 73 Tonnen vor. Bei einer 140 mm Panzerung frontal und 100 mm seitlich. Die Besatzung sollte aus 5 Mann bestehen. 3 davon sollten im Turm Platz finden. Als Motor würde der Daimler Benz MB 507 zum Einsatz kommen, der bis zu 1000 PS leisten und die Maschine auf 43 kmh beschleunigen sollte. Ab dem 8. November wurde bereits eine noch monströsere Kanone als zuvor diskutiert. Eine 15 cm Kanone, die 52 Kaliber lang war. Das würde einer Granate mit 43 kg Gewicht zu einer Mündungsgeschwindigkeit von 890 m pro Sekunde verhelfen. Es bleibt nur zu raten, welche Panzer man damit abschießen wollte, wenn bereits eine 15 cm Kanone einer Su-152 mit einer vergleichsweise langsamen Mündungsgeschwindigkeit von 650 m pro Sekunde immense Zerstörungen an schwerst gepanzerten Zielen verursachte. Scheinbar war das den Krupp-Konstrukteuren klar und sie erarbeiteten auch weniger überdimensionierte Schlagargumente wie die 12,8 cm Kanone. Diese sollte eine 180 mm Panzerplatte, die unter einem 60 Grad Winkel stand, aus einer Distanz von 1000 m durchschlagen. Die Panzergranate sollte 1593 mm lang sein und eine Mündungsgeschwindigkeit von 840 m pro Sekunde besitzen. Um das Projekt wurde viel diskutiert und es wurde weiterentwickelt. Die Entwürfe wurden am 21. Januar 1942 zum ersten Mal präsentiert. Die Masse wuchs auf 82 Tonnen, wobei die durch die Eisenbahnplattformen vorgegebene Grenze 90 Tonnen betrug. Die Geschwindigkeit sank auf 35 kmh, aber auch die Panzerung wurde dünner. Die Front 120 und die Seiten 100 mm. Die Bewaffnung wurde auf eine 10,5 cm L-70 Kanone geändert. Diese stammt von einer Flak ab und hatte daher eine gute Ballistik mit 965 m pro Sekunde Mündungsgeschwindigkeit. Als Antrieb wurde ein 800 PS Maybach HL 230 Motor festgelegt, da dieser bald in Serie gebaut werden sollte. Februar bis März wurde weiter diskutiert und die Daten auch weiter geändert. Es wurde klar, dass die Maschine viel zu schwer ist und daher versuchte man sie leichter zu machen. Die Panzerung wurde frontal auf 100 mm und seitlich auf 80 reduziert. Die Waffe optional als 10 cm L-70, 15 cm L-35 oder die 12,8 cm L-50 angeboten. So wurde die Masse der Maschine auf 72 Tonnen geschätzt und die Höchstgeschwindigkeit auf 35 kmh. Diese Tendenz ist auf die KW-2 zurückzuführen, die in der UdSSR getroffen wurden. Die Befürchtung war, dass die Sowjets bereits noch schwerere und stärker gepanzerte Maschinen entwickeln. Die Aufklärung berichtete, dass hinter dem Uralgebirge bereits 100 Tonnen Panzer gebaut werden. Die weitere Form erreichte das Projekt am 5. März 1942. Es wurde jetzt VK 7201, Panzerkampfwagen 7 und zum ersten Mal Löwe genannt. Um für noch mehr durcheinander zu sorgen, nannte man ihn auch weiterhin noch VK 7201. Die Konstruktion der Maschine verursacht besonderes Interesse. Denn bei dieser Form müsste der Turm gegossen werden, was eine Seltenheit für deutsche Panzer war. Die Besatzung wuchs bis auf 6 Mann an, wobei der Rekonstruktion des Aussehens von Hillary Doyle die Platzierung des Kommandeurs direkt auf dem Verschluss der Waffe mehr als fraglich ist. Die Frontplatte der Panzerwanne sollte aus einem Stück gebogen werden, wie beim T-34, aber bei viel dickeren Platten. Der Vorteil ist, dass beim Beschuss keine Schweißnaht aufplatzen kann. Nachteilig sind die großen Kräfte, die beim Biegen dicker Platten auftreten. Damit verbundene Kosten für große Biegemaschinen. Eine ähnliche Lösung hatte Krupp ebenfalls bei der ersten 120 Tonnen Variante der Maus vorgeschlagen. Ab März 1942 wurde auch Porsche damit beauftragt, einen Panzer der 100 Tonnen Klasse zu entwickeln. Dieser sollte eine 15 cm L40 oder eine 12,8 cm L50 Waffe bekommen. Krupp und Porsche waren zwar in der Konkurrenz zueinander, doch mussten sie gleichzeitig kooperieren. Denn in jedem Fall würde Krupp die Fertigung der Panzerwannen und Türme ausführen. Denn Porsche war eher eine Entwicklungsfirma, die mit anderen Firmen zusammengearbeitet hat. Außerdem projektierte Krupp die Türme für alle Porsche-Panzer. Porsche seinerseits projektierte neben Panzer auch Antriebe. So ist am 23. April das Projekt W1662 vorgestellt worden, in dem der Panzerkampfwagen Löwe einen Antrieb von Porsche besaß, bestehend aus zwei Motoren, die insgesamt 840 PS leisteten. Im Laufe des Mai und Juni 1942 hatte Krupp weitere Vorschläge für den Löwen erarbeitet. Davon war mindestens ein Vorschlag mit dem Turm am Heck. Erst wurde dort auch die 10,5 cm Kanone vorgesehen und später ab Ende Mai die 15 cm. Doch sie würde das Laden unmöglich machen bei einer Länge der Panzergranaten von über 1,5 m. Die endgültigen Entwürfe des Löwen wurden bisher noch nicht entdeckt oder noch nicht veröffentlicht. Doch die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dort bereits der Turm zu sehen ist, der bei dem ersten Entwurf zum Panzerkampfwagen Maus Verwendung fand. Denn die Turmentwicklung machte eben immer Krupp. Dieser Turm hatte bereits eine Turmnische hinten, was die Probleme mit langen Panzergranaten lösen würde. Im Juni 1942 wurde klar, dass die Tage des Löwen gezählt sind. Das Projekt von Porsche war eindeutig besser. Doch Krupp hat nicht aufgegeben. Schon bald kam ein Projekt auf die Welt, das Tigermaus genannt wurde, das sich später zum E100 entwickelte. Das war die Geschichte des Panzerkampfwagen Löwen, Freunde. Das war klar, dass dieser Panzer es niemals in die Fertigungshallen geschafft hat. Es war also rein trockener Stoff. Was ist gegangen, was ist geschehen, was ist passiert. Und ich würde euch gerne noch viele weitere interessantere Geschichten, auch vom Panzer, die tatsächlich existiert und gekämpft haben, aus den Kampfsituationen, Gefechtserlebnisse und sowas bringen. Und deswegen bitte ich euch, diesem Video hier einen Daumen hoch zu setzen, weil das ist praktisch jeder Daumen hoch, ist quasi so eine Peitsche für mich, so ein Peitschenhieb. Und der lässt mich natürlich schneller werden. Und dann bin ich motivierter dran und will euch ganz schnell ganz viele neue, interessante Videos bringen. Ansonsten kommentieren natürlich, was ihr noch gerne sehen würdet. Und auch die Videos überall teilen. Ja, meine Oma weiß, wo euer Auto steht. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Also, denkt dran. Ansonsten, ja, danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank euch für die Unterstützung. Und bis zum nächsten Video. Adios, Muchachos.